so die gar zweieinhalb davon uns erst mal ein bisschen was kaufen das brauchen wir dann auf jeden fall brauchen auf jeden fall eigentlich alles ne z2 ist alles doch z2m wir schon noch nicht schlecht am liebsten hinten dicht machen vorne geht immer hier muss erst mal in verteidiger 26 da könnten wir eine ganz neue mannschaft so was langt doch erstmal 75 tempo 77 defensiv 78 hier sowas können wir sowieso nicht leisten den und evans will ich haben so geht auf den preis 10 alles scheiße 650 sofort kauf wird irgendeinen schon mit sofort der werden tausend dinge das ist nicht wert unser und dann wollte ich noch evans wollen wir noch haben und der ist auch ganz gut losdrehen ja zu langsam eigentlich echt den besten ist schnell im kopfballstab nee langsam geht eigentlich auch verkauft super stark das müsste ich wieder das müsste ich wieder das müsste ich wieder noch zuschauen ein ne nimm zwei drei kabool zwei zwei vier 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 acht vier vier vi 100 für Kabul kann man nicht meckern. Ich glaube, hier gibt es nur so übertriebene, dass man sie nicht 2-1 für die 40-people. Ich glaube, hier ist ein Ziel. Benteke als ZUM. Sockbier, Digga. Für den Anfang geht es auf jeden Fall klar. Ja, hauen. 600, 600, wo ist 600 da? Gucken wir mal weiter. Da wird aber keiner, der wir Verträge aufgehauen haben. Weißt du nicht? Nee. Ja. Scheiße, das ist in dem Achter. Da 13. Warum Tommi? Ja. Für 800, 1000, wo ist 800? Ja. 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 Die würde ich aber dann bei uns in die Reserve tun, ne? Soll ich in die zweite Mannschaft rechnen? Oder so. Das sieht doch schon mal halbwegs nach einem Team aus. So ein ZDM und einen zweiten Stürmer. So, dann können wir nämlich hier mal alles das, was wir haben, was nicht erste Ende Flieger ist, da nämlich mal hinhauen. Und uns daraus dann ein halbwegs vernünftiges Team bauen. So, dann gucken wir hier mal. Wir haben hier jetzt mit der österreichischen Achse, sag ich mal, schon ein bisschen was an Chemie rausgehauen. Scheiße, ist nur Zander, ist ein Rechtsverteidiger, wer wäre das? Aber du könntest ihn auch auf links tun, meinst du? Ja, das bringt aber von der Chemie würde es wahrscheinlich weniger sein. So, dann haben wir ja hier noch die englische Innenachse, wenn wir... Ich würde sagen, wir warten jetzt noch erstmal, bevor wir uns noch mehr gönnen. Hm. So, dann sind wir mit den Leuten schreien, oder? Ach, moin sagen, Alter. Wenn keiner da ist, soll ich mal schreiben. Mach dein Fuß da weg. Was ist das hier? Beobachtung, oder was? Total fused? Was heißt das? Was? Ich finde jetzt die Sonne schon. Die Sonne. So eine, als ich bis zu den Töten bin, sind fest. So, als wenn sie doch den guckt irgendwo. Das ist gesammt. Aber das ist ja, was denkt. Du kannst jetzt die Twitch-Liste gucken, bei FIFA. Das ist für ihn bestimmt feiner Rolle. Ich würde das nicht machen, ganz schlecht. Ich finde ja. Dann sagen wir uns ganz kurz, was ist das nicht ihm egal? Was alarmnt? Bin it. Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ist das nicht gemeint? Warte mal. Kennt ihr die unten noch? USB? Ja, aber sonst würde er jetzt ja anzeigen, was da noch frei ist. Hast du was da? Nö. Kann man nie. Ah, hier. Schreitgeschütz? Was? Ist das wo, Kleine? Ja, klar. Funktioniert ansatzfrei. Geht die überhaupt weg, wenn ich die rausnehme? Schreitgeschütz? 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 Scheiße. Schreitgeschütz? Ja, das ist wie viel Massens. Was ist denn eigentlich erkennen? Schreitgeschütz? 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 Es ist die aber auch nicht. Das ist so ne kleine, das ist so ne, die hat in die 500 GKT, aber er findet sie hier auch nicht. Das sind nämlich jetzt unsere Videos hier alles. Das ist so ne, das ist so ne, das ist so ne. Kazauieren auch. Ich kann das wieder�로 самом hier ein. Die sind halt hier. Mein Name ist nicht nur, oder? Scheiße Technik, ey. Wir brauchen erstmal noch ein bisschen Geld, um den zweiten zum Auswechseln. Auf den müssen wir erstmal jetzt klarkommen. Ich muss kurz an den 1,5 Minuten ausprobieren. Mindig zu machen. Und dann gucken wir noch. Und dann machen wir die Fähnale. Oh, okay! 4 Sterne, keine Schimmi, genau so ein Zigeuner-Kindy wie hier, ZM als LM, könnte er den ZOM nach außen Dann setzt er den IV in die Mitte und dann hätte er da schon mal eine Chemie Habe ich gespielt gerade? Ja, also abgebrochen der eine Achja Ich würde so denken, ich kann ja nie nur zwei Striche haben Oh Hey! Digga im Ernst? Dein Ernst? Oh Schiedsrichter Oh Komm Ey Hm Sock die ja eigentlich nicht mehr Da sind mir gefehlt nie Mord zu Gas gesehen von dürfen F*** you Noooooon Letzt vier Minuten. Der Nagel-Linien-Fossen, Alter! Mir hilft mich richtig, dass er so ein Juni hat hier. So schade. Spiel doch schneller. Bruno! Da hast du nicht einen Sack! Das war sehr schön. er ist ein wach der braucht hauen Oh, was? Geht mir da keiner her. Oh, wieder. Das ist eigentlich auch nicht zulässig, wenn man nicht den Ball nach dem Abruf und Strafen nimmt. Okay. Dann muss ich dann auch wirklich indirekt und Freistoß für die Gegner. Stimmt. Was ist das für mich? Noch, Digga. Was tut das? Oh, stopp, Alter. Es leckt aber zu viel Gäste. So, wir dürfen echt nur die Möglichkeit, ich bin nur drei Schritte an. Das ist zu langsam. Das ist zu langsam. Jetzt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, zweitemal. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, es nervt einfach gegen so eine Typen zu spielen, nur weil wir so eine Busch-Internetleitung haben. Torwart, können wir auch mal rauskommen. Boah, ich hab grad gedacht, jetzt fällt die Ratte eben wieder, ey. Ich hab echt gedacht. Das ist halt die neuen Fifa so scheiße, sie versuchen alle immer durchzulaufen nach dem Anschluss. Das funktioniert fast, ne? Ja. Echt jetzt? Okay. Ja, man. Nie wieder ging ein mit zwei Strichen, ey. Schön. Aha. Oh, Digga. Der war... Schade, der war nicht. Was? Schön auflaufen. Der war nicht. Der war nicht. Der war nicht. Wir sind. Ich glaub wir müssen gleich erst mal die anderen Freunds nehmen und uns davon eine zweite Mannschaft aufbauen, mit der man mal wechseln kann. Legaleck Scheiße War dann zu doll Sascha zu doll Abseits Abseits Schön Schön Abseits Mir lässt den Vorteil nicht laufen Ja Durchgewinnen Ja Scheiße Ich werde durchgewinnen Jetzt Scheißspiele auf die Außenvergabe Perfekt Weckencheck Schön 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 Jetzt muss Marmin mit dem Kopf kommen Schon wieder Alu Das dreht immer Alu Alu Das hält doch keiner aus Was für ein Gang da hinten Der Frost Jetzt kommt er Oh Pass alleine Der zieht er weg Hast du es gesehen? Wieso 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 Oh nein Oh nein Ich hatte Zeit Ich hatte Zeit ohne Ende Wieso Oh Scheiße Knüppel noch mal überweg Oh Scheiße Alter Oh nein Das wäre es gewesen Brauchst du mir das? Ich war wieder Lauf zurück Lauf zurück Die Schubs Alter Wer liegt ihn da unten oben Kein interessierst Zu steil Normalerweise kriegt der den So Jetzt kommt er 85 Die sind auch ausgepowert Die können ihn her Ich weiß nicht, dass er hinter der Gägges mal Die können ihn her Alle Oh nein Häh Nein Häh 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 Woh Häh Die nehmen ihn aber mal 那 Häh nicht jetzt alle tun diese aufschlag raus wir müssen uns auf jeden fall eine ersatzmannschaft bauen da holen wir uns jetzt einfach irgendwas deutschland ist egal ich hab halt deutsche bundesliga wir haben schon zwei bundesligaspieler wir haben eine landschaft das ist morgen und dann machen wir das